Hallo und herzlich willkommen ihr Freunde zu einer wunderschönen neuen Folge von Stardew Valley. Wir müssen jetzt erstmal in den Fernseher reingucken, oder ihn mitnehmen, ob es gutes Wetter ist. Und Sascha, wie sieht es bei dir aus? Wie soll es beim Aussehen? Sonnig ist es heute auf jeden Fall. Going to be a clear and sunny all day. Morgen also auch noch. Heute ist der große Abgabetag. Ach scheiße. Wolltest du noch mal in die Mine? Ne, ich wollte eigentlich gerade erstmal nur die Kür füttern, aber ich habe komplett volles Inventar. Ja, passt schon. Ich mach das. Guck du erstmal, dass du das einsortierst. Also ich habe jetzt ein bisschen neues System eingeführt in die Sachen. Also Erze bleiben da beim Ofen und alles mögliche. Aber zum Beispiel, die erste Kiste ist halt so Stein und Erzsachen. Also alles, was wir halt irgendwie so in der Mine und so weiter gefunden haben. Und die nächste Kiste ist so pflanzliche. Pflanzliche Dinge. Also gerade sowas wie zum Beispiel Seeds oder Algen oder etc. etc. Und so geht es halt gerade fort. Und die nächste Kiste machen wir dann irgendwie zu einer Monsterkiste oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie so in die Richtung. Und die letzte Kiste wird dann... ...wird dann unsere Werkzeugskiste. Ich glaube, das sollte eine ganz gute Sortierung erstmal sein. Oh, leid, wir haben wieder reifen Mais. Sehr gut. Ach, scheiße. Ups. Bist du dich um die Hühnchen gerade oder machst du da eine Kiste? Äh, das sortier ich gerade ein. Ja, gut, dann kümmere ich mich jetzt um die Hühnchen. Ist auch um die Kühe dann gleich. So, dann einmal ganz kurz wollen wir heute einsortieren. Und dann Fire Quartz, Earth Crystal, Frozen Tear und Fire Quartz. Das heißt, noch ein normales Quartz brauche ich. Das haben wir nicht in dieser Truhe. Okay. Normaler Quartz, ne, das ist links. Das sendet uns zur Aure-Truhe. So, dann haben wir das fertig. Kira, mach Platz da. Ähm, dann wollten wir abgeben, das, 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 das. Noch nicht voll Crops, wir wollten voll Foraging, genau. Wir bauen eine Hazelnut, Blackberry, eine White Plum und einen Common Mushroom. Die Mushrooms habe ich alle in der Tasche. Okay, ich habe jetzt auch noch einen Common Mushroom. Ja, egal. Ja, dann verkaufe ich alle, die ich habe, okay? Ja, äh, hast du noch irgendwo eine Plum? Ja, habe ich. Sehr gut. Lege ich die hier rein. Alles klar. So, dann wollten wir noch abgeben, dass... Hast du noch irgendeine Frucht übrig? Also, ich weiß jetzt gar nicht, was hier alles noch für Früchte gibt, aber sowas in die Richtung... Äh, Blackberry, Blueberry, ähm... Ich habe noch zwei Blackberries dabei, ja. Aber einen brauchen wir ja schon mal für das Set da, Ding. Ja, aber dann pack mal die andere in diesen, in so einen Topf rein hier. Dann habe ich... Ich habe noch die anderen Pilze. Ja, warte mal, was wollten wir jetzt? Äh, da Fallcrops? Nee. Fallforaging und Exotic? Nee. Du meinst, irgendwas können wir fertig machen? Was meinst du? Ähm, wir können noch fertig machen bei Crafts... Wir können Exotic Foraging, wir können Constructing Bunsle... Exotic kriegen wir fertig? Achso, wegen den Pilzen. Ah, okay. Ja, wir haben Pilze, wir haben die zwei Getränke, wir haben die Wurzel und das war's schon. Ja, okay, cool. Hast du die Wurzel dabei, oder? Nee, die habe ich hier. Gut. Aber ziehen wir beide mit hin, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist... Gut, dann habe ich das eine da und das andere. Ja, ich habe zwei Sets hier, die ich abgeben kann und du solltest dann noch eins haben, ne? Ja, Sekunde. Oh, ich geh auch mal schon mal ein bisschen. Äh, nee, warte mal, wir brauchen noch das Holz. Aber meinst du, das kriegen wir auch schon abgegeben? Äh, wir haben... Wir haben hier 25 Hardwood. Ja. Und ich... Und das Einzige, was uns halt fehlt, ist das normale Holz, glaube ich. Das habe ich in der Kiste geballert. Okay, dann nehme ich mir noch eine Axt mit. Weil, wenn wir das halt hinkriegen würden, was brauchen wir denn dafür? Eigentlich nicht mehr so viel, gell? 200 Holz brauchen wir. Genau. Wir constructen, 200 Holz, Steine haben wir und 10 Hardwood haben wir. Ja, gut. Hardwood nehme ich mal mit und Stein... Nein, ich möchte die nicht essen und die Steine nehme ich auch mal mit. Also, wenn wir auf dem Weg 200 Holz finden, wäre das halt optimal. Ja, ich baue gerade schon ab. Also, du baust jetzt auch gerade außerhalb ab? Ja, ja. Okay. Äh, können wir die hier außerhalb auch wieder anpflanzen? Die außerhalb wachsen von selber wieder nach. Das ist ja genau das, was der Trick dabei ist. Ah, gut, das ist auch mal Invalid Position, okay. Die wachsen nach 4 bis 5 Tagen wieder direkt nach, ohne irgendwie was anzupflanzen oder sonst was machen zu müssen. Ja, aber es könnte eng werden. Wir brauchen 200 Holz und so viele Bäume finde ich jetzt hier gerade nicht, die ich abhabe. Also, ich habe jetzt gerade 33. Ja, ich auch. Wir müssen halt in den Süden von unserer, geh mal in den Süden von unserer Farm, da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel. Ja, Problem ist, ich bin jetzt schon quasi beim Community Center, weil ich dachte, da auf dem Weg finde ich schon genug. Äh, warte mal, hier sind aber bestimmt noch ein paar da, die Dinger. Die darf ich nicht abholzen, warum nicht? Da komme ich nicht ran. Oh, da bist du. Hi. Hi. Nächstes Mal machen wir Brandrodung, okay. Alles klar. Oh nein, Sascha. Aha. Ich will mal 4 davon bekommen. Oh, wow. Äh, ich gönne mich hier mal ein Egg. Einfach ein rohes Ei, Alter. Mm, nam, 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 nam. Also, ich habe jetzt 102 Holz. Wie viel hast du? Ja, warte, sag ich dir gleich. Ah, fast alles bekommt. 50. Wow. Stell dich mal bitte hier. Ja, du kannst dich ja selbst noch bewegen, während es fällt. Aber, ja. Ich komme dazu. Habe ich nichts von bekommen. Wow. Okay, wie viel hast du? Na, wie vor 54. Okay, dann brauchen wir noch zwei Bäume, theoretisch, dann können wir es abgeben. Nach links bin ich schon gegangen. Also, das, den können wir nicht fällen. Ja. Und den hier. Jo. Und da unten ist auch noch einer. Perfekt. Ach, der hat einfach mal alles blatt gemacht. Der hat ja alles gerodet. Da ist ja noch zwei Pilze. Da hat er Pink-Vorteil auf seinem Server. So. Hier hast du. Nee, hast du nicht? Habe ich, habe ich, habe ich. Ich habe 193 jetzt. Wow. Nee, aber uns fällt jetzt echt noch ein Baum. Oh, wir haben schon sechs Uhr abends, Alter. Wir haben den Tag komplett verschwindet. Ja, aber gegossen habe ich ja Gott sei Dank. Danke. Also, wo kriegen wir jetzt sechs Holz noch her? Ja, die Baumstümpfe darf man hier auch nicht abbauen. Nee. Keine Ahnung. Den auch nicht. Ich gehe die zwei Dinger schon mal abgeben. Ja. Ich habe halt auch keine Energie mehr dafür. Also, ich kann nichts mehr abbauen. Ah, nee, mal, ich muss ja hier rüber. Bei Craftsman können wir ja noch nicht abgeben. Nee, du bist richtig. Geologist. Zack. Artisan Bundle. Zack. Bundle complete. Warte mal, Arches und Bundle ist nicht das Richtige. Rewards. Fünf Omnigeoden. Oh, schön. Und eine Cutscene. Oh, lol. Alles klar, hier ist gerade eine richtige Eskalation bei mir. Ja, bei mir ist, ich habe es nicht gesehen. Bei mir ist meine nur übel erschreckend. Oh, oh, oh. Wir sind die Unimus, Keeper der Flüge. Ja. Was passiert? Sie haben ja Hallo gesagt. Ich habe gedacht, der eine rennt jetzt Richtung. Ich nehme an, der... Wala, der Ofen ist fertig. Ja, wir sind halt hier fertig mit dem Boiler rum. Das heißt, die Minecarts sollten jetzt wieder funktionieren. Ja, ich glaube, die werden dann im nächsten Tag fertiggestellt. Wala, wir kriegen jetzt einen Stern oder was? Fleiß-Sternchen. Oh, oh. Wow. Jetzt gehe ich aus dem Weg da. Ja, verfolgt mich, Sascha. Hilfe. Äh, ja, okay, dann... Ja, damit haben wir einen von fünf Sternen, hätte ich mal gesagt. Ja. So, wo habe ich denn jetzt das... Ist das Ding hier? Exotic Foraging Bundle. Ach so, da unten ist Foraging. Gut, da muss ich auch zukommen. Bundle complete. Sehr gut. Ich habe Autumn's Bounty. Das ist ein Essen. Hm. Bei 120 Energie. Ja, jetzt komm mal raus da, dass ich das andere abgeben kann. Wir haben 10 Uhr abends. Wir haben Stress. Ja, nice. Ah, guck mal, da ist er wieder. Hallo, kleine Freund. Oh, ich fühl... Ich fühl mich jetzt raus. Ich muss erst mal draufkloppen. Ja, ich geh schon mal heim, Alter. Ähm. Hallo, da läuft Robin und ihr Ehemann nach Hause. Was die wohl getrieben haben. 30 Fallseeds habe ich rausbekommen. Ja, die können wir ja noch anpflanzen, ne? Hahaha. Aber ich frage mich halt, wie das jetzt mit dem Minecraft sein wird, weil... Ich würde überhaupt, du gehst zur Bushaltestelle, setz dich rein und bist bei... Ja, deswegen meine ich ja, weil es gibt ja so viele eigentlich. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir gucken, müssen wir gucken. Kauf jetzt mal übel viele Pilze und alles. Ja, lass mal petten gehen. Die Cavern Carrot müsste ja auch... Ja. Und morgen würde ich dann nochmal wieder in die Mine gehen. Auf, dass wir Level 19... Hattest du dich um die Kühe noch gekümmert? Ja, du musst... Äh... Ja. Ich glaube nicht. Guck mal kurz rein, bitte. Und auf jeden Fall immer das Tor zu machen von den Kühen. Dann hast du dich mal geöffnet heute. Dann war ich auch nicht drin. So, Futter liegt bereit. Gut, dann noch kurz mit den Kühen reden. Ah, scheiße, ich schlafe. Die schlafen schon, ja. Weil desto besser halt deine Beziehung zu den Tieren ist, desto... Ja, geben sie gute Materialien, ne? Richtig. So. Also, dann mal gute Nacht, bis morgen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, oh. Ah, der wird getanzt, hey. Nee, die reparieren die Minecarts, Junge. Die tanzen hier so... Aber doch jetzt nicht nur das eine, oder? Das eine. Das eine. Alter, Futter, wir haben 4.000 für die Pilze bekommen. Ja, ich habe über viel gekauft. Äh, richtig viel. Aber warum die Cave Carrot? Damit hätten wir kochen können. Na. Ja, das sagst du mir jetzt. Oh, warum die Cave Carrot? Ja, kannst du mal weitergehen? Danke. Der Typ. Wir gucken erst mal nach dem Wetter. Going to be a beautiful sunny day tomorrow. Fuck. Ach, ja. So. Oh, nein, wir können uns, äh, wir können schon mal ernten hier wieder. Hören wir das mal. Ich gucke mal irgendwie kurz um die Kühe. Mit allen gequatscht. Tür aufgemacht. Ihr füttert. Jo. Sehr gut. Well, wir machen jetzt bei uns ein Hühnchen. Aber ich kann dir ein paar Eier mal überlassen, Sascha. Oh, das ist gut. Ja, dass du halt mal Spiegeleier machen könntest. Ja. Pack die mir irgendwie in der Truhe und dann kümmere ich mich da einfach drum. Oh. Was? Kann ich mich hier jetzt rein? Was jetzt? Oh. Und? Choose destination. Mainz oder Town? Wenn ich da in der Town gehe, dann komme ich mal an, äh, ja genau, komme ich beim, äh, Schmied raus. Also fast way zum Schmied und zum Dingenskirchen jetzt. Nice. Und Mine ist halt in der Mine. Gut, dann bleib ich jetzt aber tatsächlich auch direkt in der Mine, würde ich behaupten. Das ist so ein richtiger Untergrundswunder geworden hier. Was ist das denn hier? Was ist jetzt los? Ja, hier in der Mine war doch rechts so ein Felsbrocken. Den kann ich mittlerweile zerstören. Und dann ist hier ja noch ein Raum mit irgendeinem Dude. Was will denn der Dude hier? Es ist ein Zwerg. Lol, echt? Und er spricht nicht unsere Sprache. Äh. Entpolutai edu moish. Yol pan alait yol ohui nelz ntam mol shana usitu oleit so nol. Jeder weiß Bescheid. Aber hallo. Aber jetzt nehme ich fast. Müssen wir ihm die Dwarfscrolls geben oder müssen wir so viel zum Bibliothek geben, dass der uns die Sprache der Zwergen lehrt? Ich glaube tatsächlich, dass das über die Bibliothek läuft, wenn ich ehrlich bin. Oha. Hat er dich gehauen? Nein, ey. Ich bin halt jetzt in die Mine reingegangen. Achso. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das halt über den Bibliothekar wieder geht, weil der ist halt schon... Ey, der ist Denker, dass der halt eine wichtige Rolle spielt im Spiel. Alter, vater. Kollege! Machen wir nicht so damage! Scheiß die Wand an, ey. Half-Life von zwei Gegnern. Ja, schade, dass wir keine goldenen Eggplants brauchen, ne? Ja, wir brauchen nur Artisan-Bundle. Oh, wir könnten fast das Artisan-Bundle halt machen. Ja, warte mal, ich wollte jetzt noch das andere Bundle abgeben, gell? Animal-Bundle brauchen wir hier. Large Egg, Large Egg, Duck Egg. Ja, Large Eggs haben wir, glaube ich, noch überhaupt nicht, ne? Ne, Large Eggs haben wir noch nicht. Fall-Cross-Bundle. Wir brauchen halt eins von jedem, aber die sind halt noch nicht ready. Ja, gut, okay. Dann, hier hatten wir unsere Werkzeuge drin. Hier können wir reinpacken. Eine Egg... Ne, warte mal, wir haben schon voll viele Eggplants. Die können wir... Ähm, Mais haben wir auch drin. Warum sind da so viele Gegner, ey? So kann man... Pack mal das Essen hier rein. Ja, das sieht erstmal gut aus. Kaufen. Dicht kaufen. Mal ein Mais können wir verkaufen. Ich guck mal noch, dass ich ein Baum gefällt kriege, damit wir auch dieses andere Bundle fertig kriegen, oder? Jo, tu das. Komm, gib mir die Tür. Kann ich die Tür öffnen, hier? Ewig kann ich mir aber auch nichts Zeit lassen, bis ich meine Axt upgrade. Deine Axt? Äh, Pickaxe. Das ist halt echt stressig hier unten. Ah, das ist wieder alles voll mit Pilzen hier unten, ey. Der ist halt übelkrasse, ey. Also, man muss wirklich sagen, dass die... ...dass die Luderei halt gerade echt ganz schön... ...heftig wird, also die Hofarbeit. Ich hab ein Strange Bun gedroppt bekommen, was kann das? 100 Energy! Jawohl, Alter. Perfekt. Bun. ...ein... ... conceivenis. das brot aber das ist ein cooking dingensküchen 100 energy 40 das steht nix von wegen könnte komische den jetzt kirchen erzeugen ja gut dann kannst du wahrscheinlich schon trusten würde ich mal behaupten das ist jetzt schon wieder ein uhr pm ja ich hab doch noch gar nichts gemacht ich hab jetzt mal vier eggs gecraftet also hier vier dingen fried eggs die verkauf ich dann gleich mal wieder ja sicher verkaufen nicht zum futter nehmen ich weiß nicht bringen die so viel ja ok 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 dann pack ich sind die equipment kiste rein dann kannst du die mal mitnehmen wenn dir wenn dir das beliebt ein bisschen energieträger ist halt gut ja natürlich das stimmt ja muss ich mal ganz kurz gucken ob ich hayley ja hayley habe ich schon zwei geschenke geschenkt weil jetzt ist ja die woche schon wieder rum da steht helly hallo helly jetzt ist das denn jetzt hier für eine ebene kalt go to the beach anymore sign what do you think i should do today water coloring painting relax and read a magazine stop being a selfish cry baby mach doch mal doch was schönes that's a pretty good idea actually ja ich weiß das so bin ich da oben ist auch noch eine blueberry wir machen jetzt eine richtig große saftproduktion sagt er könnte sein wenn es denn reicht nur eine blueberry beispielsweise reinzuwerfen und du nicht doch irgendwie zucker hinzufügen muss oder so es reicht nur eine blueberry reinzuwerfen ja das ist doch super und wir kriegen einen kohlegrill dafür gut einfach dafür zunächst das münte foraging bundle und wir kriegen die brücke repariert es sind eigentlich für verschiedene skills fishing combat mining foraging farming farming das bin ich auf stufe 8 ich bin halt der absolute farmer du kannst dich zufällig irgendwo noch ein ding auftreibenden earth crystal die gibt es bei dir wahrscheinlich nicht mehr da müssten wir die höheren ebenen gehen ich würde überhaupt über geioden könnten wir die bekommen aber haben wir doch geodent wir magma geodent jetzt also neue keine ahnung ob da auch der lohe kram raus bei raus kommen kann das glaube ich halt irgendwie eher weniger wenn ich ehrlich bin könnte ich jetzt bitte die kaggleiter ich werde ich jetzt noch mal kurz ein bisschen sortierarbeit machen leute hier haben wir die ganzen stein sachen drin das heißt also stein kommt ihr auch mit rein und das war es tatsächlich wir haben die ganzen sachen da kommt das rein wir haben wir hier die ganzen sachen die wir abgeben müssen wir haben wir erst mal alles das sieht schon besser aus ich schalte halt wieder neben acht macht sich das doch bullshit werkzeuge tja machst du nichts bei schade ich habe dir jetzt mal auch die dinge reingegeben hier den den pole diesen fetten stock ja ich glaube nicht dass der mir so viel bringt wenn ich ehrlich bin dann gönne ich mir den doch gerne dann gönne ich mir den doch gerne perfekt weit weiter haben wir 17 gold ore also so langsam kann man glaube ich was damit anfangen ja aber die frage ist hat was wir damit anfangen sollen ja auf jeden fall gold barren und dann kann man weiter gucken ja weil die frage ist nämlich so gerne noch eine kiste die frage ist nämlich ob wir damit noch mal machen ich wollte damit irgendwas kraften ich weiß aber gerade nicht mehr was wir könnten auch mal eine käse eine käsepresse machen wir haben doch noch nicht mal milch ja unsere kühle sollten aber jetzt dann bald hier erwachsen sein noch mal ein bisschen die energie verbrauchen du fischst noch gerade ein bisschen ich bin komplett low on energy ich habe mein stuff jetzt gerade aufgeteilt und ok ja ich muss halt mal gucken ich habe noch ein bisschen bullshit im inventar wo ich nicht weiß wo wir das hin machen sollen sollen wir mal zu dem equipment eigentlich bräuchten wir hatten noch eine kiste eigentlich ich habe mich auf jeden fall schon mal ins bett ja ich bin auch sofort im bett ja und dann ist jetzt feiern für unsere session oder was wegen mir nicht also ich würde dann jetzt kurz zum mittagessen und dann können wir gerne weitermachen ja das ist klar von mir aus gerne so die hühnchen sind eingepackt der hund schläft unsere töpfe sind gefüllt hier pack ich mal noch die monster sachen mit rein dann gehe ich jetzt mal pen hier so ja das war meine oder deine aufnahme deine dann vielen vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen ich wünsche euch allen einen wunderschönen tag haut rein bis zum nächsten mal tschau tschau die